Der Task Reclamation beginnt am besten bei der Landing Zone Charlie 1. Von dort aus kämpft euch zum Haus auf dem Hügel vor. Kleiner Tipp, auf der Rückseite gibt es einen großen Stein, von dem ihr in das Grundstück springen könnt. Dort angekommen, gibt es im ersten Stock das Paket, das abgeholt werden muss. Kämpft euch dann wieder zurück zur Landing Zone Charlie 1 und schließt die Mission in der Base ab. Viel Spaß in Grey Zone Warfare, euer Küni. Bis zum nächsten Mal.